... und in Rumänien. Die Haltung von Greyhounds für Windhundrennen in Irland, trotz strenger Vorschriften, schlecht. Wir wollen ein Beende dieses Leits. Wir wollen Aufmerksamkeit. Wir wollen ein freies Leben für die Hunde. Wir wollen ein Tierschutzgesetz, das angewandt wird, das er weiterentwickelt wird, das Tierköderei verurteilt wird und geahndet wird. Der Umgang mit den Tieren ist ein wichtiges europäisches Gut. Darauf müssen wir Wert legen. Es kann nicht angehen, dass in einem europäischen Mitgliedstaat Tiere rein aus Spaß, wie zum Beispiel Stierkampf, oder für die Jagd und hinterher diese grauenhafte Entsorgung, das mit Tieren so umgegangen wird. Die Tierfreunde in der Region wollen mit der Saarbrücker Demo RIGMA unterstützen, die erste europäische Bewegung gegen Tiermisshandlungen. Deren Protestmärsche finden zeitgleich in Barcelona und Madrid statt.